Deutschowa in Maruhide, 33 cm frischer Nisei, auch hier schlecht, kann man noch nicht genau sagen. Eine sehr schöne Farbeinteilung. Deutschowa sind gesucht, die gibt es nicht so oft. Vom Maße her bis nächstes Jahr Mai haben wir dann so ca. 40 cm. Wir haben die als Tossei gekauft, die sind jetzt seit 6-7 Monaten hier und sind gut gewachsen. Vielen Dank.